Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute nehme ich euch mit auf einen Ausritt mit und ja, let's go. So, ich habe meinen Hof ein bisschen umgebaut, also der Stall steht jetzt hier und dann gehe ich mal. Sie ist weg. Das mal, es ist so unaufgeräumt, ich räume es sofort auf. Schon viel besser. Jetzt gehe ich in. Hallo. Mädel, sie ist weg. Endlich muss ich nicht mehr in dieser Box stehen. Kommt ihr auch? Ja, ich habe keine Lust mehr hier rumzulegen. Hey, warte auf mich. So, was machen wir jetzt? Ah, okay. Äh, na los, komm. Äh, ich meinte etwas ganz anderes. Das konnte ich ja nicht wissen. Ja. Sie ist weg. Ja, endlich nach draußen. Wuhu. Hm? Hm. Hm. Was tue ich denn jetzt? Mal gucken, was es hier alles so gibt. Hm, sehr langweilig. Hm, dann gehe ich mal raus. Hm, öde. Dann gehe ich wieder in den Stall. Komm, Glocke, wollen wir Streicher spielen? Ja, gerne doch. Freiheit. Warte auf mich. So, wem spielen wir denn die Streicher? Keine Ahnung. Hm, vielleicht fangen wir beim Kaffee an. Gute Idee. So, das hast du davon. Ich hab doch gar nichts gemacht. Also. Ja? Hm, du gibst mir immer keine Gratismuffin. Ja, das ist voll unfair. Die Lisa und so kriegen immer Gratismuffins und wir nicht. Ja. Ähm, ja. Pff. Also echt. Pff. Also echt. Mach mir nicht nach, Brownie. Mach mir nicht nach, Brownie. Ja. Oh. Warte auf mich. Wir gehen ins Haus. Warum nicht? Naja, wie du meinst. Hm. Hm. Ich komm da nicht rein. Du bist ja sehr schlau. Ja. Bin ich auch. Das meinte ich nicht er. Au. Steck doch einfach da dein... Siehst du, deinetwegen hab ich mich geoffert. Dankeschön. Doch, niemand. Äh. Ey, spinnst du oder was? Ey, das hast du verdient. Mann. Da liegt ein toter Mann. Wir hätten einfach außenrum gehen können. Ja, einfach außenrum. Wir hätten einfach da durchgehen können. Und dann hätte ich mich nicht opfern müssen. Hä? Hättest du auch gar nicht tun sollen. Pff. Also mir reicht es jetzt. Endlich mal ist sie weg. Und dann, außer dem liegen wir dann hier immer rum. Bestimmt räumen sie uns erst in ein paar Stunden weg. Ah, das ist so unfair. Ja, es ist wirklich so unfair. Ich find das voll doof. Komm, wir klauen ihr Sachen. Ja, das ist eine voll gute Idee. Und womit fangen wir? Keine Ahnung. Vielleicht klauen wir einen Hund und schmeißen es dann in die Toilette. Spinnst du? Okay. Ähm, ja. Also, als erstes könnten wir diese Sachen klauen. Die hat sie sehr oft auf dem Hut. Gute Idee. Darum kümmere ich. Und schmutz. Boah. Ja, Entschuldigung. Aber das ist immer noch meiner. Kümmert sich jemand um mich? Nein. Ähm, warum brauchst du das? Ich muss mich vorbereiten auf die Akku... Auf die Apokalypse. Wie geht ihr denn in den Krieg? Also, ich meine nur, wenn dann Aliens kommen. Versteht ihr? Kann man doch da bestimmt mit besiegen. Willst Aliens kommen? Nein. Egal, dafür verstecken wir diese Hundeknochen. Oh, nie. Warte, ich schieße ihn weg. Ich auch. Ach, dann liegt der da. Dann können sie zwei Zentimeter weiter da gucken. Und... Das findet ihr nicht. Ich verstecke die Kette. Ui. Oh, Mann. Das geht. Das geht einfach gar nicht. Ach, weißt du, ich mache die Lichterkette an. Ja, ich auch. Nur einer kann sie anmachen. Das werde ich. Tada. So, wie du die Pseud. Ja, komm, wir entdecken mal ihr Haar. Kommst du mit? Natürlich. Ich hänge fest. Du. Ich helfe dir. Ach, konnte das nicht auf einen anderen Weg gehen? Ich habe mich für dich geopfert. Hast du gar nicht. T. Ja, pfe. Du hast gesagt gar nicht. Und dann habe ich das T rangehangen. Es heißt T. Bäh. Ich habe gedacht, dass es hier viel spannender ist. Ich auch. Außer ein Bett. Sie hatte doch hier mehr. Und ein selbstgebasteltes Bett, was super hässlich ist. Und außerdem danach noch ein Küssen da liegt. Warum habe ich jetzt gerade danach gesagt? Ach, egal. 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 Ja, denke ich jetzt auch. Egal. Ah, schönes Bett. Warum bewegt ihr sich einfach niemand? Warum? Wovor habt ihr Angst? Ähm, sie kann gleich kommen. Ja, und dann wird sie uns verstrafen. Woher wollt ihr das denn wissen? I don't know, aber bestimmt wird sie uns verstrafen. Also, ja, denke ich auch. Aber wenn wir uns ein paar Zentimeter bewegen, denke ich, macht das keinen Unterschied. Ich meine, wer macht dann schon ein Foto von seinem Hof und dann vergleicht man es, wie die Pferde sich bewegt haben und so. Ja, das stimmt. Aber ich bleib lieber auf meiner Hauptposition. Wisst ihr, ihr in eurem Alter macht euch immer um so welche Dinge Sorgen. Habt ihr keine Ahnung und so? Wollt ihr schon immer ein Pferd reiten? Das ist besonders schön. Es hat sich ausgehört. Au, hier ist ja deine Bock. Das habe ich nicht gewusst. Sorry. Leute sind gemein. Ja, ich gehe jetzt ins Haus. Warum ist die Tür auf? Hallo? Oh mein Gott, ein toter Mann. Ich bin nicht tot. Warum liegen sie dann hier? Äh, weil, äh, ja, weil was? Na ja, weil ich hier schon immer liege. Wow. Und das heißt, dass ich sie küssen werde. Bitte nicht. Ah. Bäh. Denkst du, Komma, dass es hier noch eine Etage gibt? Äh, ich glaube, sie kommen vielleicht. Wir sollten vielleicht lieber in den Stall gehen. Wir haben aber voll wenig Streicher gespielt. Hm, na ja. Denkst du, was ich? Ja. Ey, ich komme hier nicht mehr runter. Egal. Tschüss. Ähm, mach wie du denkst, ne? Ich gehe dann schon mal in den Stall, ne? Tschüss. Ich bin ein, weiß ich auch nicht was. Oh, okay. Gah. Ähm, ja. Binst du? Ja. Ist mir egal. Voll egal. Sie kommt, ich glaube, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Dann geh doch. Nee. Oder doch, ich verstecke mich einfach irgendwo. Ey, hier kann ich mich irgendwo verstecken. Äh. Ja. So. Lichterkette. Wer macht sie jetzt auf? Ey, äh. Keine Ahnung. Ich hasse Pferde jetzt für immer. So, ich bin wieder da. Und hier war doch irgendwie alle hier auf dem Boden. Hm. So. Ungefähr. Aber na ja, kann ja auch sein, dass mein Bruder hier war. Eigentlich spielt ja damit nicht. Die Lichterkette war jetzt auch meines Wissens nicht an. Ja, okay. Du lagst wirklich so und. Ey, warte mal. Du lagst wo ganz an. Und zwar lagst du hier. Und du auch. Hier so. Hier ist alles normal, denke ich. Warte mal. Wo ist Karol. Lü. Du warst so und es war alles unaufgerollt. Na ja. So. Son. Die war auch zu. Und der stand hier. Ja. Ich weiß jetzt zwar. Du warst auch anders. Ich weiß zwar nicht, was ihr jetzt hier gemacht habt. Aber. Na ja. Aber die war zu. Cream. Kann es sein, dass ihr lebt. Ich bin total schlechter Lü. Ähm. Ha. Ich wusste, dass ihr sprechen könnt. Na ja. Ich weiß zwar nicht, ob die Pferde hier ein Video gedreht haben. Ich werde dies aber feststellen, wenn er. Ey. Psst. Flocke. 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 Mann, ich kann dich hören. Ich bekomme ja hier Ohrenschmerzen. Hast du das Video hochgeladen? Hallo. Ja, habe ich. Ach so, dann gut.